Musik Es ist eine große Ehre für uns, hier zu sein. Es ist schön, hier zu sein. Ich habe mich für meine Frau. Guten Morgen, ich bin Willi Meister, Head of Siemens Power & Gas. Vielen Dank. In der Name von Siemens AG, wir sind sehr stolz. Ein sehr gut-known Mitarbeiter, der Name war Peter Mierens. Und wenn er die großen Winters und so weiter ist, ist es sehr modern, mit 400 MW. Das ist die höchste Ebene. 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 Und was wir hier machen, ist es, die Precision Machining, die Flanges und Tablet. Das sind auch Kacin-Componenten. Und Sie sehen, viele kleine Boles. Das ist für die Höchste Ebene. Das ist das für die Höchste Ebene. Das ist das für die Höchste Ebene. Und hier ist es hochgepft. Das ist die Höchste Ebene. Und bei der Höchste Ebene ist gerade zwei Tonnen und hat toleranzen, die Sie Level-Operzeit sind, oder wie Sie sehen, und wie Sie vorstellen, das ist eine gute Frequenz. Es ist eine sehr schwierige Herausforderung. Ein weiterer Schritt ist die Fertree Route, wo die Turbinepläden sind. Die Turbinepläden sind in diesem Bereich. In diesem Bereich gibt es die Turbinepläden. Es gibt ein paar Mikrons. Das ist eine große Größe. Das ist eine sehr große Größe. Aber ein paar Hundertpläden. Das ist eine große Größe. 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 Das ist eine große Herausforderung. Das ist eine große Herausforderung. Das ist nicht genug, denn die Temperatur ist so hoch und man hat die Höhe, mehr als 1,000 Degrees in some cases one and a half thousand degrees and you have the extreme centrifugal force pulling on the is we have inside the place we have a cooling system this is as well steve this is actually yeah this is this is because this is in field because behind this white in this white box or yellow box but you can see over there it's not it so we bring it out is there disassembled quality checks and so on and so on and for that really mentioned digitalization you can imagine the standard gas turbine of us has about 1000 sensors pressures vibrations and so on for testing Das war's für heute. Vielen Dank. Okay, thank you very much for the invite, we will be glad. Thank you. Thank you.